Es war einmal südlich der Grasplantagen von Mittelerde, wo Elben, Zwerge, Menschen und Orks friedlich miteinander lebten. Weil sie böse abhängig waren, schmiedeten sie Widringe, die den Träger immer mit THC versorgen und ihm ein breites Prägendes Leben verschaften. Aber Sauron, der Urkönig, übertrieb immer maßlos und baute sich einen Riesenbong. Und verrauchte stündlich tausende Tonnen Gras. Als das Wid eines Tages knapp wurde, sagte der Menschenkönig zu Sauron, Worauf der Urkönig den Krieg erklärte und sich Menschen und Elben gegen ihn und seine Armee verbündeten. KU-KU-KU! KUJ 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 Das war's für heute. Überraschung. Ey, warte mal, warte mal, du hast was vergessen, Alter. Also, ja, scheiße, stimmt. Leider... Leider mussten Menschen und Elben feststellen, dass Sauron aufgrund seines Mega-Widringes nahezu unendliche Macht besaust. Die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen war, ihm den Ring zu entreißen und ihn in Flammen der Mega-Bong zu vernichten. Geht doch, geht doch! Ihr Schweine! Oh... 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 Oh? Oh? Oh... Oh? Yeah! Ah! Oh... 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 Ohhhhhhhh Isildow jedoch wollte den Ring verkaufen und zog mit seiner Kacharag... Verpiss dich man! Und zog ja mit Karawane zum nächsten Beatpasser. Ach ich meine Flo-Marc. Auf dem Weg wurde sie von füsen, gemeinen Meuschelmörder böse zusammengehauen. Der Isildow bekam Angst. Wat für ne Memme! Und versuchte in die See zu verstecken. Diese Gelegenheit nahm der Ring wahr. Und sich versteckte in die See auf. Später wurde gefunden von Olu. Weil Drogen nix gut für Mamuschka, bekam er krass Birschis. Was sieht denn die Bullen? Ey Spastisch steh auf! Mach mal hier weiter Land! Der Ring konnte die ewige Scheißerei nicht ertragen. Flo und wurde von Bilbo, dem ollen Schicks Terminator gefunden. Fett! Halt! Polizei! Bleiben Sie stehen! Nein! Nicht sie! Der Türke! Der Türke! Frist das Bulle! Geben Sie! Quack! 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 Huh? Quack! 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 Nein. Hilf ab'n Scheißleiser. Quark. Watt für ein Scheiß war da über meine Mücke. Hast du ein Problem? Äh? Wow! Alter! Schon mal eine 5000 Watt Bass Machine gehört? Geht voll ab, Alter! Ich liebe dich! Schwucht, ey! Du stinkst aber echt wie meine Oma und die Achsel! Ey, das Zeug hat sich hier gerade durchgezogen, ne? Das ist von der übelsten Sorte, Alter! Da traut sie nur rein, das glaubst du gar nicht! Ach komm, Lava, keine Scheiße, Alter! Das Zeug, weil ich letztens geraucht habe, war viel geiler als dein Scheiß hier! Halt's mal! Ey, komm, du hast keine Ahnung, Gander, ich geh nach Hause! Wenn du mal ein richtiges Rauchen willst, ne? Muss mal ein Opa fragen! Der hat echt das geilste Zeug in der Hood! Tolle Karte! Wir legen die erstmal weg, hier hin, so! Hm... Jetzt erstmal ordentlich ein Durchziehen! Wo hab ich denn mein Zeug? Warte! Da schon... Nein! Scheiße, wo hab ich's hingetan? Verdammt! Wo ist es? Hier nicht! Da auch nicht! Scheiße! Wo hab ich's hingetan? Na! Da ist es auch nicht! Oh Gott! Scheiße! Ahhhh! Da ist es! Schnee im Sommer! Ich träume von nacken Männern! Von deinem Zauberstab! Ich steh auf alte Säcke wie dich! Ey, Gandalf! Ich will dich in Reizwäsche sehen! Wie war das? Hä? Du hast mich schon verstanden! Sonst gibt's kein Dope, du Zauberer! Hä? Ich will dich morgen bei mir sehen! Um zwölf! Wie ein Strafsepp! Kaum drei Haare auf dem Sack und schon ne Puffstange stehen, wa? Ey Junge! Ich glaub du weißt nicht wer ich bin! Ich bin... Gabba Gandalf! Ich hab jetzt Bock auf Gabba! Was klopst denn so blöd du fettes Stück Scheiße! Ey willst du mich verarschen Alter? Bist du jetzt Commerz Gandalf oder wat? Ey Gabba Jungen! Oh ne die Drecksbladen! Na warte euch mach ich platt! Feuer! Juhu! Feuerwerk! Arschleckenfeuerwerk! Ich hab nur nicht getroffen die Pistenlage! Hau rein! Geh dir einen Wichsen hin! Kann man meins was ich vorhaben? Quack! Ähm? Quack! Hier also wundet Dreckspuscher! Quack! Aufmachen! Drogenverhandlung! Quack! Ein Augenblick ich komme gleich! Kooperieren sie uns wird ihnen nichts geschehen! Quack! Ich hab nichts! Komm hierher! Quack! 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 Okay, dann komm mal rein. Don Bilbo hat vielleicht was für dich. Ich hab alles da, ich kann alles besorgen. Ich hab echt den kranksten Scheiß, den es gibt. Speed, Hush, Crack, Heroin, LSD, Ecstasy, Peace, Shit, Kokain, Gummibärchen, Pornos, Hardcore-Bondage, SM-Spielchen. Snuff! Verpiss dich! Baby, I'm sure. Ey Bilbo, du Lutscher. Deine Drecksbude stinkt genau wie deine Haare. Der einzige, was hier stinkt, ist deine Sippe. Hä? Hä? Aufs Maul? Nee, lass mal stecken. Schluck erst mal runter, du Bastard. Deine Mutter, schluck gleich. Diese arschgefickten Bullen. Wir wollen meinen Zauberring. Der Ring hat scheinbar magische Kräfte. Ich hab ihn damals vom Scheiß Bullen abgezogen. Der hat die sonderbare, aber geile Eigenschaft, dass er mich die ganze Zeit heil macht. Aber immer wenn man den Zauberring anzieht, wird das Böse stärker. Der gehört in einem Ultra-Zauberer. Mit seinem Zauberring ist der so ultra, der wird dich voll in den Arsch ficken. Ich zauber dir gleich mal einen Ring um die Augen. Bleib mein Läscher. Lass heute Abend mal auf Wacken gehen. Wat is Wacken? Dat is Wacken. Einmal im Jahr kommen hier alle böse schwarzen Männer aus Mittelerde her, um mal richtig die Sau rauszulassen. Läscherlich. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Das ist es! Hey, da ist scheiße da die Dorfnutze. Die macht sogar für dich die Beide bereit. Na, ne. Ihr habt kein Geld, ich bin pleite. Scheiße. Ach, das geht aufs Haus. Los jetzt. Wenn ihr Koks mit Mehlpunch, dann schwächt das das Suchtgefühl eurer Kunden. Also nehmt am besten Backpulver zum Strecken, dann könnt ihr die normale Menge zum doppelten Preis verticken. Doch wenn ihr zu viel Backpulver nehmt, dann kommt eurer Kunde und BOOM, verpasst euch eine Kugel zwischen die Augen. Also merkt es. Der ehrliche Pusher wird von Bullen umzingelt, doch beim klugen Puncher steht die Kasse klingelt. Da ist er. Wicht, Bosse. Scheiße, die knallern mich ab. Ey, weißt du eigentlich, wie gut ich Bauchheben kann? Scheiße, Alter. Ich hab's ja mit dem Strecken total übertrieben. Ey, wenn die mich kriegen, bekomm ich einen Frog Splash. Die matchen mich mit Bulldog und kommen mit einem Flying Cross Buddy. Und am Ende zermangt ihr mir die Beine mit Words of Jericho. Lade nicht. Ich bin zwar übelst dicht, aber ich werde jetzt eine Rade halten, obwohl ich auf übelste Art und Weise das R-Rolle. Was ich euch sagen würde, ihr seid alle ein Haufen erbärmlich gammeliger Höring-Kinder. Eure Väter sind necrophile Schwanzlötchen in den Arsch geboten. Hörpertönen! Komm neuer! Und außerdem sind eure Riding-Elterngeschwister. Ach ja, noch was. Alle Mettler haben kleine Schwänze. Yo. Hier spricht Gott. Gib Gandalf deinen Ring. Wie ist das, Gandalf? Deinen Tricks ziehen bei mir nicht. Mjam, mjam, mjam. Ey, pass mal auf, du kleiner Hoden. Weißt du eigentlich, wie wer so eine Kopnuss tut? Wat denn? Pass mal auf, Junge. Ich kenn dir den Ring nicht geben. Der ist gefährlich. Jedes Mal, wenn einer den Ring aufzieht, wird das Böse um einige stärker. Da ich aber eine äußerst wichtige Person bin, ist mein Ullagin von höherer Priorität als das Beschützen der Armenkrüppel, Behinderten, Kinder, Spastis, die essen, was ich wegwerfe, Penner in den Mülltonnen. Ja, ja, ich hab's verstanden. In letzter Zeit flasht er auch nicht mehr so. Ich brauch was Härteres. Vielleicht hab ich was Härteres für dich. Elrond McBong im Elbenthal. Der Typ hat Zeug, da fliegen dir die Löffel weg. Du kriegst die Adresse aber nur, wenn du mir deinen Ring hier lässt. Fick dich, fick dich und deine Mutter, du Hurensohn. Ich brech dir die Beine. Beruhig dich mal, da pass mal Läscher. Das sind zwei Tage zum Beispiel bis zum Elbenthal. Was soll ich mir bis dahin reinziehen? Halt's Maul, du Hurensohn! Ein Sturm von Koppnissen wird auf dich niederhageln. Und meine stählernde Faust wird ich in tausend Stücke zerreißen. Es tut mir leid. Da, wo du jetzt hingehst, gibt es fünf von den Ringen. Wuhu, see ya! Ich brauche Drogen jeden Tag. Ich brauche Drogen, soviel ich mag. Ich brauche Drogen, soviel ich mag. Nur ha 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 ha. Schwachkopf. Der wird sich wundern. Das also ist der eine Ring. Ich habe zwei Optionen. Ich könnte entweder im Buch des unendlichen Wissens Nachforschung anstellen, um die Armen und Schwachen vor dem Bösen zu bewahren und dem Nichts zum Siege zu helfen, oder? Geile Zeug, ey. Haut das rein. Wuuuuey! Tööö. Wuh? Oh. Hä? Was ist das denn? Boah, Gandalf. Man kann es aber echt übertreiben. Ey, wie viele Johnnies hast du hier schon reingepfiffen? Boah, Alter. Guck mal. Du hast mal einen Ring. Hä? Tu ihn da rein. Weißt du was? Hier. Ganzer Abend. Ach du Scheiße, ist der breit. Ah, die Wände kommen immer näher. Ey, was soll das? Ich muss hier raus. Ich werde verfolgt. Ey, bleib hier, du Missgeburt. Verpiss dich doch. Was war das? Ich geh jetzt nach Jamaika. Da wurde Hanf blüht. Denn ich bin Reggae Gunwolf. Wacken? 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 Drogen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017